Musik Herzlich willkommen und Glück auf, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Glück auf Kompakt, Ihrem Fernsehzuschauer-Service mit Tipps und Informationen für Ihre Freizeitgestaltung in der nächsten Zeit. Wir haben Ihnen wieder ausgewählte Empfehlungen zusammengestellt und es ist schön, dass Sie auch heute bei uns in der Sendung reinschauen. Am 1. Mai hat in vielen Orten und Einrichtungen offiziell die Hauptsaison begonnen. Auch Wanderer und Radfahrer sind nun wieder vermehrt in der Natur unterwegs. Und dazu passend läuft noch bis zum 11. Mai die Frühjahrswanderwoche rund um den Schwartenberg. Jeden Tag werden andere Wanderungen angeboten. Detailinformationen zu den einzelnen Routen, die Wegstrecke und anderes erhalten Sie in den Touristinformationen der beteiligten Orte oder wenn Sie hier links im Bild den eingeblendeten QR-Code abscannen. Jetzt blicken wir auf den Himmelfahrtstag, den 9. Mai. Denn da ist am Sporthotel in Mönchen frei, direkt an der Bundesstraße 101, ab 10 Uhr morgens wieder jede Menge los. Von Live-Musik, einem Andrea Bergdubel und dem Hauer, über Musik, die der DJ auflegt, bis hin zu Spielangeboten für Kinder ist jede Menge vorbereitet. So dass sich die ganze Familie einen schönen Feiertag gönnen kann. Und das bei freiem Eintritt. Dass es am Sporthotel Leckeres vom Grill und Kühles aus dem Zapfhahn gibt, das versteht sich von selbst. Am Brückentag, dem 10. Mai und am Samstag, dem 11. Mai, sind alle Familien ins Freilichtmuseum Seifen eingeladen. Jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr kann nicht nur das Museum besichtigt werden. Nein, es gibt sogar noch jede Menge mehr. Mit Kind und Kegel, so lautet das Motto der Mitmachangebote. Alte Handarbeitstechniken und altes Handwerk neu entdecken, ausprobieren und vielleicht als neues Hobby entdecken. Und da man vom vielen Staunen und Ausprobieren auch hungrig wird, ist dafür ebenfalls gut in der Einrichtung gesorgt. Jetzt spreche ich alle die Zuschauer an, die noch ihre Mutter oder Großmütter haben. Benötigen Sie noch ein passendes Geschenk zum Muttertag? Dann ist das Folgende vielleicht genau das Richtige. Freuen Sie sich auf konzertante Kaffeehausmusik, am Sonntag, dem 12. Mai um 15 Uhr, serviert zu Kaffee und Kuchen im Schmuckenambiente der Jugendstilvilla. Es erwartet Sie ein stilvoller Nachmittag mit Veronika und anderen Damen, dargeboten vom Salonstreichorchester aus Dresden. Bekannte Stücke der 1920er bis 1940er Jahre, von Schlager bis Swing, laden zu einer kleinen Zeitreise ein. Musikalisch nähert sich dieser Nachmittag an die Erbauungszeit der Baldauf-Villa. Die Karte für diesen Nachmittag kostet 25 Euro inklusive Kaffeegedeck. Karten und weitere Auskünfte erhalten Sie telefonisch unter 03735 22045 oder per E-Mail an info-at-baldauf-villa.de. Wir bleiben in der Villa, denn wenige Tage später kommen die Fans von Irish Folk wieder voll auf ihre Kosten. John Doyle und Mick McAuley sind nur äußerst selten in Deutschland unterwegs. Und diese gemeinsame Tour ist das Jahreshighlight für alle Freunde des Irish Folk und anspruchsvoller Musik. Sie macht Station in der Baldauf-Villa Marienberg am Donnerstag, dem 16. Mai um 20 Uhr. John Doyle aus Dublin ist einer der wichtigsten Namen der irischen Musikszene. Legendärer Gitarrist, Sänger, Liedermacher, Komponist, Produzent und Korrifäer des Irish Volks, ein Powerhouse des rhythmischen Gitarrenspiels. Ein einzigartiger, vielseitiger, innovativer und epochaler Musiker, der bereits Ex-Präsident Obama live beeindruckte. Er ist der Mitbegründer der irisch-amerikanischen Superband Solas. Sein Partner Mick McAuley ist nicht weniger bekannt. Der irische Multi-Instrumentalist aus Kilkenny ist nicht nur Meister des Knopf-Akkordeons, des Melodions oder der Konzertina sowie der Whistles, sondern spielt ebenfalls hervorragend Gitarre, was er aber bei dieser Deutschland-Tournee John Doyle überlassen wird. Überdies ist er, wie auch John, ein begnadeter Komponist und Songwriter und seit vielen Jahren weltweit auf Tourneen und als Studiomusiker unterwegs. Auch er ist Gründungsmitglied von Solas und hat mit seinem Knopf-Akkordeon und der Konzertina viele Stars begleitet. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besorgen Sie sich schnell zu den Öffnungszeiten der Villa die Karten für dieses besondere Konzert. Aller guten Dinge sind drei und deshalb habe ich noch einen dritten Tipp in der Baldauf-Villa. Und da kommen besonders die Freunde der Golden Twenties auf ihre Kosten. Unternehmen Sie eine Zeitreise in die 1920er Jahre der Baldauf-Villa beim Villenglanz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Erlebt die Baldauf-Villa im Stil der Goldenen Zwanziger, kommt vorbei zu Villenglanz am 22. Juni 2024. Und falls Sie noch eine ganz andere Alternative für die Freizeitgestaltung brauchen, dann könnte ein Besuch im Kino eine gute Empfehlung sein. Auf welche Highlights Sie sich in den nächsten Tagen im Freiberger Kinopolis freuen können, das erfahren Sie jetzt. In der aktuellen Kinowoche steht unter anderem auf dem Spielplan, im Rahmen der Kino-5-Reihe der Film, morgen ist auch noch ein Tag. Delia ist Ehefrau und Mutter. Das sind die Rollen, die sie in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre definieren. Und das ist ihr genug. In dieser merkwürdigen Zeit am Ende des Krieges erlebt sie mit ihrer Familie das Elend und den Aufschwung hautnah mit. Ivanu arbeitet hart, um die Familie über Wasser halten zu können und lässt keine Gelegenheit aus, um das zu betonen. Respekt zeigt er nur gegenüber seinem Vater, so Otorio. Die einzige Abwechslung für Delia ist ihre Freundin Marisa, in der sie eine Vertraute gefunden hat, mit der sie Geheimnisse teilen kann. Als Delia eines Tages ein mysteriöser Brief erreicht, fasst sie den Mut, sich mehr für ihre Zukunft zu wünschen. Best of Cinema ist am 7. Mai im Kinopolis The Doors. Kalifornien 1965. Am Strand von Venice Beach gründen die beiden Studenten Jim Morrison und Ray Manzarek die später legendäre Rockband The Doors. Gitarrist Robbie Krieger und Drummer John Dancemore stoßen wenig später dazu. Nach Auftritten in kleinen Clubs wechseln sie ins angesagte Whisky A Go Go und kommen kurze Zeit später bei Elektra Records unter Vertrag. Dort werden sie von Produzent Paul Rothschild entdeckt, der die Newcomer groß rausbringen will. Das erste Album, The Doors, wird ein Riesenhit. Die Single Light My Fire zum Welterfolg. Aber der neue Ruhm als Rockstars hat seine Schattenseiten. Von Anfang an experimentieren die Bandmitglieder mit allerlei Drogen. Vor allem Morrison gleitet immer mehr ab in die Welt der Drogen. Anfangs nur darauf bedacht, ein Mittel gegen seine Schüchternheit zu finden, nimmt er später alles, was er bekommen kann. Im Lady Kino steht am 8. Mai um 20.15 Uhr auf dem Spielplan Beautiful Wedding. Eine verrückte Nacht in Las Vegas endet für Abby und Travis in einer überraschenden Hochzeit. Sie entscheiden, mit Freunden und Familie ihre Flitterwochen in Mexiko zu verbringen und setzen die junge Ehe damit ihrem ersten großen Test aus. Wird ihre impulsiv geschlossene Ehe den Prüfungen und Turbulenzen des Urlaubs standhalten oder erwartet sie Katastrophen? Ihre Geschichte ist eine Achterbahnfahrt voller Überraschungen, Emotionen und unerwarteten Wendungen. Als Preview wird am 8. Mai der Film Planet der Affen 4 – New Kingdom gezeigt. Etwa 300 Jahre nach der blutigen und verlustreichen Schlacht zwischen den von Cäsar angeführten Affen und den Menschen unter Kommando des Colonels haben sich in der Oase, in die Cäsar seine Artgenossen einst geführt hat, mehrere Affengesellschaften parallel entwickelt. Die Menschen hingegen sind wieder wilde geworden. Einige der Affenclans haben noch nie etwas von Cäsar gehört. Andere wiederum nutzen dessen Legendenstatus aus, um seine Lehren zugunsten ehrgeiziger Ziele zu verdrehen. Vor diesem Hintergrund versklavt der Affenanführer Proximus Cäsar andere Clans, um eine geheime menschliche Technologie zu finden. Als der Schimpanse Noah mit ansehen muss, wie seine Sippe entführt wird, begibt er sich zusammen mit dem menschlichen Mädchen May auf die Suche, um seine verschleppten Artgenossen zu finden und zu befreien. Das komplette Programm sowie weitere Informationen zu den einzelnen Filmen finden Sie im Internet unter www.kinopolis.de Gute Unterhaltung im Kinopolis Freiberg Nun habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache für Sie. Viele Zuschauer bereichern unser Programm, indem sie uns schöne Aufnahmen oder kurze Videos von ihren Ausflügen und Erlebnissen aus der Region zukommen lassen. Und das können Sie natürlich auch weiterhin gern tun, denn wir freuen uns immer auf Ihre Momente, die wir als Bilder des Tages oder Bilder der Woche in unseren Sendungen bzw. der Bildschirmzeitung zeigen. Senden Sie uns dazu per E-Mail oder per WhatsApp Ihre Eindrücke in der höchsten Auflösung und im fernsehtauglichen Querformat, denn quer sieht man mehr an die hier eingeblendete E-Mail-Adresse bzw. WhatsApp-Telefonnummer. Und damit sind wir schon am Ende von Glück auf Kompakt für diese Woche angekommen, liebe Zuschauer. Falls Sie später eingeschaltet haben, dann ist das kein Problem. Unsere Sendung läuft mehrmals täglich hier im Programm bei Glück auf TV. Im Internet unter www.glückauf.tv finden Sie in unserer Mediathek sowohl unseren Programm Livestream als auch ausgewählte Sendungen und Beiträge rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Selbiges finden Sie auch auf unseren YouTube-Kanälen unter Glück auf TV. Und wenn auch Ihr Angebot, Ihre Veranstaltung oder Ihre Einrichtung in unserer Sendung Erwähnung finden soll, dann melden Sie sich einfach bei uns. Die Redaktion erreichen Sie am besten per E-Mail unter kompakt-at-glück-auf.tv. Telefonisch erreichen Sie uns unter 03735 266 270. Je früher Sie uns informieren, desto einfacher ist das für unsere Planung. So zwei bis drei Wochen vor dem hier zu erwähnenden Ereignis sollte alles an wichtigen Informationen in unserer Redaktion angekommen sein. Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe von Glück auf Kompakt ist Dienstag, der 7. Mai 2024. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen, wünsche eine gute Zeit und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.